Kopf wie ein Ball mittlerweile. Es geht um den Weltpokal und eine Szene, die sich vor Anpfiff zugetragen hat. Da gibt es nämlich Jimmy Jump. Kennst du Jimmy Jump? Der Mann kommt hier oben links. Der Mann, der sich hier gnadenlos gegen alle durchsetzt. Er erinnert ein bisschen an Maradona. Dann war das 86. Sein Markenzeichen ist eine rote Wollmütze. Er ist glühender Anhänger des FC Barcelona. Hier sieht man dann aber deutlich, wie sich der offizielle Verteidiger, der vom Sicherheitsdienst einschaltet und den armen Mann kurz vor dem wundervollen Pokal niederstreckt. Klarer Elfmeter, würde ich sagen. Ich frage mich, warum macht er das? Ich meine, jetzt wird er weggebracht. Jetzt wird er weggebracht? Jetzt kommt er wahrscheinlich hier vor den...